Hallo? Lass mich hier rein. Hallo? Bitte nicht. Oder kein. Oder niemals. Okay, Jungs. Danke euch. Okay, okay, okay. Vielleicht sollten Sie beim nächsten Mal auf den Kratzettus achten, bevor ihr einen Kratzettus... Verdammt, dann habe ich es halt verloren, Mann. Ist doch scheiße hier. Oh, Entschuldigung. Entschuldigung, Junior. Du musst inzwischen ins Bett. Äh, dann schlaf schön, Junior. Ich bekomme... Wichtig, ich bekomme ständig irgendwelche Strafen. Mein ganzes Leben ist in Straf. Ja, 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 ja. Ihr habt ja alle recht. Ihr seid alle so toll. Ihr seid so unfehlbar. Nur die Lena macht ständig Scheiße und das... Äh, und nun? Ich... Nee, das geht nicht. Wir müssen morgen früh raus, weil wir zur Buchmesse sind. Also, wenn ihr morgen in Leipzig oder Umgebung seid, kommt mich gerne besuchen auf der Leipziger Buchmesse. Sehr gerne dürft ihr da dabei sein. Also, auch da sein. Und... Da können wir gerne mal ein bisschen schnacken, wenn ihr Lust habt. Jetzt müssen wir runter, glaube ich, ne? Ach, du Himmel. Bayern, Bayern, umgebung. Nee. Äh. Erster Schreben weg, Gabs. Sagst du den Zwillingen, sie sollen die Yacht runterholen? Bin dabei. Kup, ne, hier mit was. Äh, ich stehe unter der Yacht. Das ist ein bisschen. Au. Wo muss ich hin? Dieser Lüftungsschacht brennt dich durch, wenn du ihm zu nahe kommst. Na? Ach, da. Nein! Ich werde immer panisch, wenn ich springen muss. Was ist denn Mlem? Was ist denn jetzt Mlem? Okay, Sakura, dankeschön. Ihr macht's mir heute sehr einfach. Ich hab euch ganz doll lieb, Leute. Nicht übel. Ich bring rüber. Wir ziehen sie runter. Nein, alles gut. Ihr dürft alles mit mir machen. Also, ich mein, äh, muss ich jetzt auf dem Ding, ich muss jetzt nicht auf dem Ding rutschen, oder? Nee, muss ich nicht. Ich höre. Was muss ich machen? Was, wo muss ich hin? Hier bin ich hochgeklettert. Was will das Spiel jetzt von mir? Da ran springen? Nee, oder? Wo muss ich denn jetzt hin? Hier. Ah. Spiel. Nein. Mutti. Oh, jetzt sammeln wir. Wir sammeln. Wir sammeln Deathcounter. Hä? Ist jetzt das Ding einfach runtergegangen? Hä? Das Spiel mobbt mich. Na, definitiv. Na! Spiel bleibt. Was? Warum muss ich hacken? Nein, ich will nicht fluchen. Ich fluche gar nicht. Ich bin, ich bin ganz ausgeglichen. Ich bin ein sehr ausgeglichener Mensch. So, was wollen die jetzt? Wollen die mit mir reden? Hallo? Ich bin gespannt, ob der Senator was zu essen an Bord der Yacht hat. Batisa! Agua! Mustai! Okay. Wollt ihr mir noch was sagen? Ich kann ja hier noch weitergehen. Ich will dort hinten in den grünen Raum. Warum kommen wir nicht in den grünen Raum? Nein, ich will nicht dieses Schwert. Ich will bitte das einfache. Wer lügt denn jetzt schon wieder? Ich würde niemals lügen. Ich kann mir das selber nicht mal glauben. Aber ist egal. Wir gehen mal hier rein. Ach krass, wie sieht denn das hier drin aus? Ich kann hier drin das Schwert nicht ziehen. Zeiten wenden. Einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass du reinschaust. Ich hoffe, dir geht's gut. Na? Wie war dein Samstag bisher? Vielen, vielen Dank, Zeitenwenden, für das Sub. Dankeschön für diesen tollen Prime Sub. Ich sage ja immer wieder, Prime Sub sind immer ganz besonders. Weil ein Prime Sub kann man nur einmal im Monat jemanden geben. Und das finde ich toll, wenn ihr mich dann nehmt. Dankeschön. Dankeschön, dankeschön. Prime Sub sind toll. So. Ja, ich habe hier ein tolles Spiel. Drücke Abby, um bei Charakteren mit einem Indikator über den Kopf einen Gedankentrick anzuwenden. Du wirst mir Zugriff auf dein Terminal geben. Ich kann nicht. Äh, was? Du kannst uns vertrauen. Wir sind hier alle Freunde. Entsperre es. Wir sind hier alle Freunde. Ich kann euch vertrauen. Ich werde das Terminal entsperren. Was, dir ist Wackelpudding auf dem Stream gefallen? Oh Gott. Aber schön, dass es dir gut geht, Zeitenwenden. Sehr, sehr schön. Ich liebe den Gedankentrick. Was haben wir da? Sie sind überall. Nicht der Durchbruch, den wir erhofft haben. Jahrelange Kämpfe. Doch nichts davon hat sie gebremst. Was habt ihr erwartet? Ihr habt verloren. Die Republik ist tot. Jetzt hört es von Politikern wie Ihnen. Denkt ihr, ich wollte Uta Pau im Imperium haben? Meine Kompromisse haben eine Zukunft für mein Volk geschaffen. Ich war auf Uta Pau, Senator. Ihr Name ist dort ein Schimpfwort. Hallo Artemis. Schön, dass du da bist. Wozu kämpfen, wenn man nicht gewinnen kann? Ich hoffe, dir geht's gut. Niederlagen schmecken anfangs bitter, Karl. Aber mit der Zeit süßer. Befreit mich. Weil ich ein Christchen, dass auch du da bist, na? Nein, Senator. Eines Tages, wenn ihre Kinder das hier sehen, werden sie wissen, dass die Jedi für sie gekämpft haben. Wie enttäuschend, naiv. Hey, die Zwillinge haben diesen hungrigen Blick. Bringen wir es zu Ende, bevor wir ein zweites Kerida haben, ja? Und was ist mit ihnen? Er kommt mit uns. Okay, schnappt euch das Essen und los. Schnappt euch das Essen. So, wir nehmen jetzt den Senator mit. Okay. Ist erstmal cool. Was das Problem ist... Den hungrigen Blick habe ich auch... Ich kann nix dafür. Ich kann mich ja hier auch mit... Ich kann ja auch... Wisst ihr was? Soll ich euch den Stream ein bisschen aufwerten, Leute? Soll ich euch den Stream ein bisschen aufwerten? So, jetzt könnt ihr ganz entspannt hier gucken. FSK 18 ist nun aktiviert. Sehr schön. So. So. Nun, mit welchem Verhandlungswerkzeug soll ich beginnen? Habt ihr nicht von mir behauptet, ich sei scharfzündig? Hm, das hier ist stumpf. Damit müssen wir uns wohl abfinden. Ja, ja, gut. Dann machen wir das so. Besser? Ich wollte ja, dass ihr auch ein bisschen was vom Spiel seht. Und nicht allzu sehr abgelenkt seid. Ohne Lena ist doof. Unsichtbare Stimme bringt Lena zurück. Na gut. Da ist sie wieder. Juhu. Sehr schön. Sie haben Glück, Senator. Sie haben einen Termin mit Saw Gerrera. Er wird mich töten. Oh, darüber weiß ich nichts. Kommt drauf an, ob sie kooperieren. Diese Fähigkeit schätzen Senatoren doch, oder? Kooperation? Ich kann jetzt erstmal mit allen quatschen. Hey Lena, ich bin aber wegen dir da und nicht wegen dem Game. Also wieder her mit dir. Dann wünscht man mir Befehl. Oder alle Wünsche. So, ich kann mit allen erstmal sprechen. Okay, das war informativ. Okay, wir müssen an irgendwelche Oberflächen. Mit wem sprechen wir als nächstes? Mit Bode. Oder Bode. Das ist doch ein ganz bestimmter, ganz bekannter Synchronsprecher, oder? Lasst mich gehen. Sonst werden eure Freunde leiden. Oh, ich weiß nicht. Ach, diese Senatoren haben ein schönes Leben. Kann ich seine Yacht haben? Das Ding ist zu langsam für dich. Dann benutze ich sie eben nur am Wochenende. Für Familienausflüge. Schön. Du Spielverderber. Okay. Was heißt, wir müssen jetzt wohl... Die Wurst oder die Pflegerin? Wo wart ihr so lange? Während ihr Schatten nachgejagt habt, wohne ich auch! Sie wurden erwischt, wie sie einen Verräter versteckt haben! Kestis! Los, zwei auf, drei! Monka! Entdeckung! Denk, Ferrik, eine Inquisitorin! Tarnark! Pass auf! Nein! Ach man, warum muss immer die Frau sterben? Oh nee, oder? Oh nein, was ist jetzt? Was? Ist das ein Witz? Was? Nein, das ist eine Fleischfabrik! Ich finde, Kerl ist sehr sexy. Also, ich finde... Also, mir ist ein bisschen zu... Bubi, aber... Aber... Vielleicht wäre er mir vielleicht ein bisschen zu jung, ich weiß es nicht. Die Zwillinge sind auch... Zu Bubi oder zu Bubi? Ah, der müsste doch ein paar Gliedmaßen fehlen, Lyrick, oder? Also, ich mich... Echt? Die neunte Schwester? Ich, wie gesagt, ich habe den ersten Teil nicht gespielt. Ähm... Ich... Vielleicht sollte ich das nachholen, oder? Weil der erste Teil ist eigentlich der für mich interessanter... Oh, nee. Oh, es reicht natürlich wieder nicht. Alter, warum? Also, ich muss... Wenn die rot leuchten, muss ich weg, weil die sich dann selbst zerstören. Habe ich, glaube ich, gerade verstanden. Wir brauchen auf jeden Fall eine andere Haarfarbe. Richtig, richtig schönes Lila. Wie meine Nägel. Guckt mal. Sind die nicht heiß? Sind die nicht absolut... Absolut hot? Diese Farbe? Und wie die glänzen, ist das nicht geil? Lila, natürlich Lila. Muss ja zum Kanaldesign passen. Äh... Oh, Pürpür. Shining oder irgendwie sowas. Da muss ich nochmal meine Depiladora fragen. Okay. A. Auf markierte Wandspringen, um einen Wandsprung durchzuführen. Ach, krass. Wie scheiße ist das? Oh, ich kann mich heilen. Wo ist Licht? Oh, Shiny. Auf jeden Fall. Man, der Bärchen ist einfach aufgestanden. Ich habe jetzt Wasser. Oh, also ich war... Ich weiß gar nicht mehr, wie lange war ich denn eigentlich? Ich überlege gerade, wie lange war ich denn eigentlich nach der... Bei der ersten Behandlung war ich, glaube ich, fast 20 Tage, ne? Ich glaube, ich war 20 Tage drin. Ich kam wirklich erst kurz vor meinem Geburtstag raus. Ich glaube, das war... Ich hatte ein paar Komplikationen nach der ersten OP. Also eine Nachblutung. Es war richtig geil. Stell dir vor, ähm... Du wirst operiert. Tagsüber ist alles gut. Du wirst den nächsten Tag wach. Und das Erste ist, was die Ärzte sagen, als sie nachgucken. Oh, oh. Wir müssen das Bettlaken wechseln. Das war so scheiße. Ich lag in einer vollen Lache von Blut. Das war ganz schlimm. Ich habe nichts gemerkt. 20 Tage ist schon echt lang. Jaja. Oh. So, Fähigkeiten. Komm, noch ein bisschen was mit Überleben. Ich will noch... Zusätzliches Leben. Okay, was ist das? Okay. Teamarbeit 1. Okay, da steht halt noch nichts da. Ich bin jetzt 18 Tage nach OP und das, weil der Arzt es nicht rosig findet. Also nicht rosig genug. Uff. Das klingt nicht so geil. Hier ist noch gesperrt. Macht. Einklang. Die maximale Macht erhöht sich, was schon mal geil ist. Drücke LT und RT, um nahen Gruppen von Gegner heranzuziehen. Hier ist auch noch gesperrt. Ich finde das gar nicht so schlecht mit der Macht. Passive Fähigkeiten finde ich immer besser. Aber für 1, wo in Hessen lebt, ist Bayern eine pure Strafe. So lange geht mal gar nicht. Wir müssen sie dann dekontaminieren. Das kann ich mir vorstellen. So, wir haben mehr Macht. Und wir ruhen uns aus, damit wir wieder voll sind. Mein Getränk ist alle. Der Lord muss dann mir noch mein zweites bringen. Ach, ich will... Ich will immer trinken, wenn der Deckel zu ist, Leute. Bitte. Okay. Wir sind voll. Wir haben wieder zwei Stims. Okay, wo müssen wir jetzt hin? Was will uns das Spiel jetzt sagen? Dort hoch? Alan, du bist ein Held. Also, boah, Alan. Was ist los mit dir? Ach, nee, war Reflex. Nee, wir bleiben dabei. Es sieht cool aus. Lena, wenn Deckel zu, kein Mlem. Das ist die Regel. Weißt du doch. Ich weiß nicht mal, was ein Mlem ist. Und ich darf noch was trinken. Dankeschön, Artemis. Dankeschön. Stay hydrated. Ich gebe mir Mühe. Ich gebe mir definitiv... Ihr wollt schon wieder eine Schatzsuche? Dann machen wir halt eine Schatzsuche. Ihr Nervsäcke. So, Schatzsuche, bla. Es kommt dann bald noch ein Getränk. Oh, das freut mich. So, erst mal gucken, wo wir lang müssen. Äh, ich glaube, da hoch? Nee, dahinter. Hier kann ich schon mal nicht hoch. Aber hier. Guck mal gleich mal nach. Okay. Blöde Viecher. Nee, ey, ey. Mlem ist anlecken. Oder Zunge raus und das Geräusch das Tier beim Wassertrinken machen. Das ist ein Meme. Hä? Versteht nicht. Keine Ahnung. Äh, hier geht's weiter. Hier geht's wieder nicht weiter. Okay. Nein, das klippt niemand. Nein, Leute. Hört auf. Ach, Mann. Ich will hier rein. Ach, nö. würde der neunten Schwester deinen Kopf bringen. Alter. Du kannst nicht ewig davonlaufen. Du besiegst mich nicht. Ich wollte, hab doch Kreis gedrückt. Nee, nee. Das wollen wir nicht mehr, Jungs. Alter. Ich hab... Nein. Drück doch mal. Das große Schmerzen allein. Ich... Warum kann ich denn nicht die Taste drücken, die ich brauche? Oh. Alter. Nicht heute. Oh. 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 Was will hier durch? Was will hier durch? Ähm, Tömy. Genau. Wahrscheinlich hat Tömy versucht, den Clip zu posten. Dann gerne an einen der VIPs oder Mods bitte einfach eine Privatnachricht schicken. Dann können die das posten für dich. Ich hab bloß die Clips aktuell draußen, weil... Ausgründen. Äh, nicht die Clips. Was? Okay. Okay. Euer Ernst? Was ist das? Fleisch schneiden? Die Links, meine ich. Ja, ja. Genau. Links sind gesperrt. Aktuell. Okay. Hier können wir uns dann durchquetschen. Aber hier geht's auch noch lang. Was ist das? Maximale Macht erhöht. Uh. Nice. Oh Gott. Nochmal ja einen schönen Clip. Übrigens, wenn ihr denkt, ihr habt lustige Clips von mir gefunden. Also es gibt ja auf meiner Seite auch so eine Clip-Seite. Und wenn ihr denkt, oh der Clip ist echt lustig, könnt ihr gerne versuchen bei solchen Seiten wie Twitch Clips Germany einsenden. Ich denke, ich versuche auch manchmal dran zu denken, aber ich denke halt nicht immer dran. Also könnt ihr das auch gerne machen. Er ist irgendwo hier drin. Wir finden ihn. Halt dich bereit. Und wenn ihr閒 dann solltet. Danke. 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 Danke great.